Hallo zusammen und willkommen zu einer anderen Walk in the Park. Heute ist es Dillmington Resort. Es wurde dieses Jahr am März released, aber ich bin sicher, dass ich dieses Park schon gesehen habe, in der Older Version, auf Semi-Ray's Kanal. Link in der Videobeschreibung, vielleicht nicht, ich bin ein bisschen lazy. Aber es ist links auf meinem Kanal. Aber wir sehen uns, Pirate Cookie. Ja, das Park ist von Pirate Cookie. Sorry, Pirate Cookie. Dillmington Resort von Pirate Cookie. Also Pirate Cookie hat das Ganze gebaut. Ich bin mir sicher, ich habe es schon mal gesehen. Beim Semi-Ray wahrscheinlich eine ältere Version, da jetzt im März rauskam und das Spotlight, was ich da gesehen habe, ist definitiv älter. Aber jetzt aber, komm. Was schreibt er auf dem Steam? Und zwar schreibt er Welcome to Dillmington Resort. This is a completed version of a park I made using all of my uploaded blueprints. I tried to make it semi-realistic. I'm not a coaster expert. Some writes have been edited a slight bit because they needed to fit in or wear older writes that needed an update. All blueprints, attractions in order of when they were made. Okay, then the list of all the blueprints and with a link. Really cool. I think I will show them. Also, ich zeig dir. Zeig. Ich lese. I read. Not show. Show, of course, as well. I will read the description for each of them when we go on it. But, yeah. Let's hop in. Hüpfen wir mal rein. Und die Beschreibung zu dem Ganzen lese ich dann. Wenn mal auf den entsprechenden Rides sind. Das ist der Eingang. Sieht schon mal schön aus. Und ich finde die Idee richtig cool, dass man einen Park mit seinen Blueprints baut. Die Idee hatte ich selber auch schon mal. Für mein Zeug. Aber irgendwie. Nee. Ja, vielleicht mach ich's mal. Vielleicht auch nicht. So, I loved the idea. Was a park built of blueprints. It's his own blueprints. So, also pretty cool. But it would also be great to visit a park that's built only from blueprints. But not by your own. Wär echt mal interessant so ein Park zu besuchen. Der auch aus blueprints nur gebaut ist. Aber halt mal nicht von den eigenen. Aber egal. Jetzt gehen wir hier mal endlich rein. Da kommt auch Musik. Da haben wir gleich ein Barbecue Dinner. Das ist innen ein bisschen leer. So, this is a little bit empty on the inside. At least light lights. I miss some lights. But nevertheless, if you look at this here. The park is beautifully lit up. Also der Park ist wirklich sehr schön beleuchtet. Nur hier in diesem Innenraum haben wir jetzt so ein paar Lichterle gefehlt. Aber schaut's euch an. Richtig schön gemacht. Auch der Eingang. Wow. Die Ecken hier. Ja, ja. Mecker nicht. Nein, nein, nein. Und über die Toiletten da mecker ich jetzt auch nicht. Wir sind immerhin eingefärbt. Missy good. Ein paar Süßigkeiten Tischchen. Voll okay. Voll okay. Ah, die Sichtlinie. Ich mag es, wenn es so ein Seh in der Mitte ist. Das haben wir beim Rai Rai schon gesehen. So ein Seh in der Mitte. Gibt einfach so einen richtig schönen Blick auf den Park. Ah, ja. Such a lake in the middle of a park. Gives you such beautiful views of the park. Ah, with a nice skyline etc. etc. Really cool. I liked it. I liked it. Ein bisschen das Kettekarusell. Auch hier mit Freigangsdinger Höhenmesser. Nicht hier im TK. Richtig schön gemacht. Passt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht ja auch stark aus hier. Ich weiß, es heißt Steam Machine. Aber sogar mit so ein paar Mitarbeiterdingern und so. Kann man lassen. Schönes Gebäude. Aber auch hier wieder der Blick über den See. Okay, so I love the view over the sea. I love that. The only thing missing is a little bit of backdrop. Some scenery in the back or mountains. I mean, okay, yeah, we have the mountain map. That's pretty good. But some little hills a little bit closer would have been nice. It's all flat. So so ein bisschen was im Hintergrund. Ah mein Gott, sieht das gut aus. Wäre schon cool. So ein paar kleine Hügel in der Nähe und so. Hier Steam Machine. Guckt euch das mal. Es sieht schon stark aus hier. Das rüber geht. Das looks awesome. Wir haben auch Zäune. Ein bisschen Beleuchtung und so. Richtig schön. Auch der Wartebereich. Ja, da wurde mit den Burgmauern gebaut. Also den Dach teilen. Das sieht echt schön aus. Gar nichts zu sagen hier. Oh. Guckt euch mal die Kutsche an, wie die gebaut worden ist. Ah. Wow. Der Dach, der Lampe. This is a beautiful, I don't know. Oh. It's an old car. Wow. Okay. Really nice. Really nice. So mal da. Ein bisschen Exit. Der Coaster, wie er hier vorbeikommt. Das ist schon mal. Ja, der Coaster. Oh, oh. Hier ist es. Yay. Hahaha. Okay. Ja, ja, ja. Gefällt mir sehr. Ja, Steampunk vibes. Definitiv. Ja. Not much here. But well decorated. That's fine. Oopsie. War ich zu schnell mit der Maus. Aber schön dekoriert hier. Und der Park läuft super flüssig, gell? Also gibt hier gar nichts zu meckern. Oh, ein extra Operator Häuschen hier. So a little bit extra Operator. Boost. Oh, das ist auch ein nice idea. Oh. Only for skinny persons. Hahaha. Okay. Aber pausieren wir mal. Und er schreibt zur Steam Machine. He writes to Steam Machine. A highly swirled launch coaster inspired by the steampunk style. This new form of transportation will launch you quickly to your destination. That's the description. Steam Machine. Our first coaster. Hey, we're in the right one. Two seater. That's fine. Das ist doch mal gescheit. Ist immer sogar schon drin. Ah, da kommen noch einige Rides. Mit Beschreibung. Seripa Tortuga Weiss. Botanica. Oh, bin ja echt mal gespannt. Ich bin gespannt. I'm excited for the other Rides. This here is already really well done. Even the floor is nicely decorated. Also with the metal plates. Here were the coasters. Ah, das ist richtig schön gemacht, ja? Der Boden, die Mauern, alle schön gemacht. Ich sehe auch keine Z-Fights groß. Und gar keine. Wow. Auch die Abgrenzung aus Metall zum Coaster. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber ja. Ja. Genießt die Fahrt. Und alle Rasten aus. Enjoy the ride. Ja. 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 Er sagt, er ist nicht gut an Coasters. Das war ein ziemlich guter Coaster. Der war richtig cool. Der hat richtig Spaß gemacht. Oh, nice Coaster. Nothing to complain about. Really cool. Really cool. Love it. War smooth. War action. Nice transitions. Nice loopings. Hangtime as well. Auch ein bisschen Hangtime hatte man. Schöne Loopings. Oh, der Blick hier. Der Blick. Sieht in der Sonne wie die Shade aus. Nee. Immer noch okay. Die Beleuchtung im Planet Coaster muss man wirklich sagen. Die ist gut. The lighting in Planet Coaster is pretty good. Except for the water effects. But this water looks nice. So, okay. Man, jetzt haben wir hier Steam Machine. Ab bei Nacht ist die aber auch schön. Looks awesome at night as well. Oh, now we're coming to some Pirates. Ah, jetzt ein paar Piraten. Oh, geht sogar direkt rein. Entrance. Oh, ein Schild. Das Name? Hat überall so... Bei dem Ding Steam Machine war so ein cooles Schild. Hier sehe ich jetzt keins. Ich sehe das. I don't see a big sign for this coaster. I don't think it will look like this. Nice cue. Really detailed. No dead fights. Wow. Schön gemacht. Und auch wieder kein geglitschen. Nichts? Ja, soweit ich sehe. Garantiert, wo wir geglitschen. Hier das Dach ist schön gemacht. Mit den Steinteilen. Wow. Jetzt will ich hier weiterlaufen. Ja, wir könnten direkt zum Coaster. Aber oh, das hätten wir verpasst. We would have missed that. We went directly to the Coaster. Nice Tavern. Schöne Taverne hier in der Queue. Ui. Da geht sogar der Coaster noch drüber. Hier muss der Coaster. In der Queue. Nice. Nice Tavern. Nice Nice. Nice nice. Ja, quält man wirklich wie das hier alles gemacht ist. Schön Clutter. A lot of Clutter and stuff. Really cool. Operator Houses. Ja, that's fine. A lot of Clutter. Well, nice. Just, just nice. Also es ist wirklich. Ja, das quält man. Tortuga. Tortuga. was schreibt er zur Tortuga? He wrote to the Tortuga, a shantytown island without law, but with rum, a steel coaster that is fun for the whole family. Don't forget to duck in time. War klar der Falsche, deswegen habe ich Pause gemacht. Der hier sieht doch gut aus, ne? Ich bin mal gespannt, ist da ein Zwerg drin oder so? Nö, nö, das passt, das passt. Das sieht gut aus. Ah, da fährt der andere noch vor uns. Ja, das können wir aus anderen Parks auch, das man nur rutschen können. Ich glaube, der Mecke ist das am Anfang, also es passt eigentlich, es passt. so it's at the beginning i think that's fine it's like in wheel parks as well with the block sections that's pretty okay aber jetzt genieze die fort enjoy it right so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich weiß wirklich nicht, ob es Absicht war oder nicht, aber die langsamen Sektionen, die waren immer so, dass man einen schönen Ausblick auf den Park hatte. Fand ich recht cool. Hat mal gefallen. Es ist immer auch schon im nächsten drin. Und into the next. Okay, train station. Nice, nicely integrated. Really nice pirate building. It's a nice pirate master. That's what I love on the pirate style when it's messy. Also dieses Chaos von den Piraten. Das ist wirklich das, was ich gerne. Das ist die Arme im Süßen. Cinema Group. Nee, das scheint ein echtes Schild zu sein. Ja, das ist der Oktopus. Der gehört in jedem Park. Das können wir nicht alle kennen. Leider nicht unbenahmst, aber ist egal. The Flying Eel. Der fliegende Arr. Ah, die Schiffsschaukel. Auch die ist schön gemacht. Also, es fällt nicht auf, dass das alles einzelne Blueprints sind. Es ist wirklich schön in den Park integriert. You do not recognize these are all single Blueprints. Probably built before the park. Also mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem Park gebaut. Deswegen vielleicht das so in der Beschreibung. Auch wieder schön, auch mit dem Leuchtturm. The Flying Eel. Ich habe echt wenig zum Meckern verdrückt. I need to complain more. But it's nice. Ja, schön. Einfach schön. Oh, gibt es nichts zu sagen. Wir kommen auch schon raus aus dem Piratenbereich. Aber in sich fühlt es sich schon Piratenmäßig an. Wir haben jetzt keine Hard Transition. Also es geht jetzt nicht hart vom einen Bereich in den anderen, sondern es ist ein bisschen smooth rüber. Hier, Pip-Shirt, Tiki-Shiki, nette Sitzgelegenheiten, nice seating area. All the backstage stuff, but no backstage build. That's fine. That's totally fine. Just some hints. Und da kommt man in den nächsten Bereich hier. Pirat hört auf. Wir gehen rüber. Aber es ist okay. Es braucht keine Hard Transition. So there is no need for a Hard Transition. With a gate or something. So just smooth transition is also fun. Yeah, here the band. Oh, das ist ein Ausgang. Netter Candy Shop. Nice Candy Shop. Oh, sogar hier für die Rollstuhlfahrer. Schön. Single Rider, Regular Line. Aber ich wollte jetzt erstmal hier links gucken. Ah, die Teetassen. The Teacups. Ja, die Toiletten. Ja, wissen wir ja. The Toilets, you know, if you know my videos. Ja, auch richtig schön. Ah, mir gefällt das verspielte Zuckerhaus da. Nice, playful house. Teacups. Ja, Teacups. Just Teacups. Aber schon okay. Geh mal raus. Sweets. Lieber nach der Fahrt da reingehen. Nicht vor der Fahrt. Zumindest ich nicht, weil sonst ändert das nicht so gut. Regular Line. Single Rider. Single Rider geht zum Ausgang. Da haben wir gerade Snackstab. Oh, es ist schon wieder eine Achterbahn. Ja, cool. Jetzt haben wir immer noch so ein bisschen Märchen-Alpin-Stil. Again, a little bit... Oh my God, sorry. A little bit Alpine-Ferritile-Style. Really cool. Again, a nice Queue-Line. Subfuse on the Coaster. Also das hat er drauf. Auch aus der Queue sieht man immer schön Coaster. Schön Szenerie. Ja, ja, ja. Das passt. Machen wir wieder Pause. Wen haben wir da eigentlich? Pinocchio and the Magic Forest. Haben wir dazu was in der Beschreibung. So do we have something for that? In the description. Asylum. Red Road. The Haunted. Here it is. Pinocchio and the Magic Forest. Located in a fantasy-themed area. This ride is perfect for the entire family. Even our smaller guests will enjoy it. It's time to get dizzy. Diese, 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 diese. Nein, ich will komplett. Natürlich von Anfang an den falschen ausgewählt. Auch hier Operator schön eingebaut. Lautsprecher. Oh, da ist ein kleiner Glitch. There was a little glitch. Cool. Ja. Abgesehen davon, dass um den Park herum ziemlich leer ist, ist halt so okay. The only thing I complain for now is that missing backdrops. It's a little bit empty outside the park, but yeah. Jo, genieß die Fahrt. Enjoy the ride. And we would enjoy the ride. Oh. Oh, get it. Yeah. Musik Again, a good coaster. Cannot complain. What I really liked was also the part with the block section that you can go. Just a little hint of realism. But it was so cool done, this year. Also, here are these Notausgangs. This emergency exit from the block section. Really nice, really nice. Hat mal gefallen. Auch wie man dann durch den Wald kam und wieder durchs Haus. So, waving through the forest, inside of the house, around the house. So, and everything well decorated. Yeah, all fine. It was amazing. Heute mehr ich qualle, heute mal qualle. Schon wieder sweets. Somebody loves sweets. Oh, steht einer auf Süßigkeiten, oder war das? No, it was that. It was just my point of use, the same house. I just haven't seen from this side. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Sorry. Da haben wir auch wieder. Na schön, können die Eltern den Kindern zugucken, wenn sie Karussell fahren, gemütlich auf die Bank setzen. Ist der Eingang da? Auch wieder schön gemacht. Mit dem Zaunenarm, sorry. Da waren wir wieder ein bisschen zu weit, wo. Oh, schön integriert, schön integriert. Nicely integrated. Really cool area for parents with small kids. They can have a sit on the bench. A little break. Watch the children on the carousel. Nice. Oh, and now we got a little spooky. The guest house. Oh, das ist wirklich hier ein Restaurant oder so. Schön. Nice little restaurant. Or hotel, or whatever. Just a little bit more lighting here. Maybe some purple or so. Highlighted a little bit. Aber da, wo es Licht sein soll, da ist es. So, where there needs to be light, there is light here. The eating area. Oh, die Lampe ist auch gut platziert, dass man den sieht. Auch hier das Haus. Yeah, these houses need a little highlights. In my opinion. I mean, there is light for the guests. So, again, there is light where the light should be or needs to be. Also, da, wo Licht sein soll, ist einfach Licht. Das ist okay. Da, wo sich die Gäste auffallen. Aber so ein bisschen die Häuser highlighten. Wäre schon schöner in der Nacht. Aber wir schalten jetzt auch mal fix auf Nachtmodus. Das sieht schon stark nach der Dark Ride aus. Again. I mean, I don't like long queues in Planet Coaster. I just don't like that. Because there is usually no need for that. But when they are well done and decorated like this, all is fine. I like it. Also, wenn sie wirklich schön gemacht sind, kann man da auch gar nicht meckern. Uh. Schock. Das hat gepasst. Mit so einer Skelett mit so. Okay, da geht's lang, hm? Ah, da stehen sie. Das könnte so ein Pre-Show-Room-Raum sein. Oh, auch wieder? Überall Dekoratives. Hey, die... Oh, die Leute mögen das. And this view here. Nice. Nothing. It's not really empty. Okay, maybe a table, a feast or so. Would have been cool here. So eine Fest-Tafel oder so wäre da noch schön gewesen, aber und ein Feuer. Aber... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Never mind. I just sat and the fire and boom, here it is. Cool. Okay. Das, das ist echt gut. Das ist ja auch geil. Richtig angepasst auf die Höhe hier, mit dem Track und zum Einsteigen. Wow. Of course, they are glitching here, but... Wow. That's a nice little detail. Really nice little detail. Oh, da haben wir Kinder drauf. I don't want children on my right. I'm sorry. Too small. Zumindest nicht auf dem Sitz hier in der Mitte, würde ich schon gerne höher sitzen, ansonsten müssen wir in den Test-Modus. Machen wir so ein kleines Operator-Boost. Das sind die ganzen Sequenzer. Okay, wir haben schon wieder ein Kind. Ähm. Again, a kid. Sorry, guys. No kids. Ah. I'm sorry, but when I go for a ride and the kid is there, I have a little problem. And they're gone. Bye-bye. Bye! Bye. Aber ich will hier in der Mitte sitzen. Und zwar so. Naja, das passt schon. Bin mal gespannt, wie das es ist. Es sieht schon richtig... Wenn es nur so gut ist wie die Queue, ist schon alles gut. If the ride is only as good as the Queue, everything is fine. Also, genieß die Fahrt, enjoy the ride! Ah, nice little effect, eh? But I miss music. So I talk a little bit now. But we have sound effects. Oh, the spider coming down there. Cool. And you don't see it the first time. That's nice. Die Spinne hat mich nicht sofort gesehen. Richtig cool. Aber mir fehlt noch Musik, deswegen rede ich jetzt ein bisschen. Die Skelette. Das ist eine Versuch hochzuklettern. Mit dem bewegten Arm. Richtig cool funktioniert. Nice. Die Kronleuchte sind ja oder Hammer. A little statue, maybe a light effect for the statue. Would have been cool. So ein kleiner Lichteffekt in der Statue wäre noch schön gewesen. Ja, mir fehlt echt die Musik. Aber die Teigrate ist schön. Schön gemacht. Well done. genau. Die Skelettrande aus dem Graf. Oh. Oh. Einen wir bewegen. Guck mal, ein Gartenhaus. Oh. Ah, das soll der Ausgang sein. Hier geht man dann raus. Ah, cool. Ja, hat schon ein bisschen Fokus auf Realismus gehabt. Das ist aber echt in Ordnung. Scheiße. Nein. I need a track. Okay. The Haunted Mansion. Habe ich es eigentlich vorgelesen? Glaube nicht. Okay, I have to read it. Sorry, I totally forgot. Only the pure souls can escape this cursed estate. On a hill looking out over the lake a dark mansion resides. What secrets does it hold? Machen wir wieder auf. Können die Leute da auch wieder rein. Ja, schön. Schön gemacht. Nochmal einen Shop. Auch cool. Die Spinnen und so. Kein TMTK. Die Bücher. Schön. Well done. Well done. That's a nice little shop. Love the way how you did it. With the lights, the items you used. Perfect. Perfect. Und da ist der kleine Friedhof, wo wir rauskommen. So, und jetzt stellen wir wieder um. Auf Standard. Oh, my eyes. Oh, my eyes. Also, ja, coole ride. Echt coole ride. Wenn noch Musik drauf gewesen wäre, wäre es perfekt. Also, ich habe schon bessere Darkwires gesehen. Ja, I've seen better Darkwires, but this one was really well done. And this this realism parts with the section where you can get off the ride and how you get in the ride. That was all a little bit lifted that you have better access to the ride. So well done. Never seen this before. Das habe ich zuvor echt nur nie gesehen. Oh, da kommt wieder ein Coaster vorbei. Das ist so cool. Das obligatorische Riesenrad. Jetzt sind wir irgendwie ein bisschen mehr modernen. So, a little bit more modern now. Nice little Art pieces or whatever, but looks good. Der Coaster hier wieder. Schöne Interaktion. Oh, die Brücke, die Brücke. This bridge. Nice idea with the glass. Nice idea. Asylum. Asylum. Hier mit dem schönen Wartebereich. Der Blick hier. Asylum. Okay, ja, wir müssen schon wieder auf Nacht gehen. Sorry, again, night time. Asylum. bin ich mal gespannt. Ja, again, a nice queue. Large queue, long queue, but a nice queue. Exit. Just some nice realism aspects. That's fine. I'm not a big fan myself for realism, as you know, but when it looks good, I'm a fan and it looks good. Wirklich schön gemacht. Wirklich schön. Da auch wieder Notausgang. Das ist ein bisschen Scheps, ein bisschen crazy. Oh, es a Horrorheise. Es geht gerade los. Oh, 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 es starting, es starting. Okay, I hate the operator. Where was it? I want to click it. Ah, got it. Ops, Ops, Asylum. Was schreibt du zum Asylum? Asylum. He writes, a broken elevator, bad weather and strange experiments are received for disaster. It really feels like an abandoned Asylum since my Quest guests don't want to ride it. Nice Prestige System. Oh, aber da hocken Gäste drin. There are guests. Okay, don't take the kiddie place. So, we take four as an adult instead of three. Bin immer gespannt. Bin immer gespannt. Enjoy the ride. Genieß die Fahrt. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Richtig cool. Das kleine Detail, wie wenn die Züge sich begegnen und die Lokpfeife da losgeht. So, love the little detail when the two trains meet and the train whistle goes off. Nice, nice. And well timed, well timed. Yeah, that was Canyon Creek Railroad. No, it's not set to fix, it was just night. Nevertheless, it was also cool at night. I love the lighting. Here it's really well. And again, the lights are where they need to be. But some areas need a little bit highlighted at night. So that they shine a little bit more. Like this, nice bridge for the coaster. Auch hier wieder. Die Gäste haben immer schönen Ausblick auf den Coaster. So, I love the point of view from the guests to the coasters. Oh, there's again. Shooting ride. Okay. So, next ride, shooting ride. Okay, it's wieder los. Okay. Shooting ride diesmal. Ist aber indoor, da müssen wir jetzt diesmal wirklich auf fix umstellen. So, because it's indoor. Yeah, I can. Don't have to say anything for the queues. What should I say? Hold on. Ja, es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. Schön abgetrennt mit den Kisten. Nicely divided with all the boxes. And it has this western feeling. Kleine Werkbank und so. So, mit Fässern. Okay. Ja, ne, auch hier ist okay. Ja, hätte ein bisschen, aber nein. Oh, hier. Oh, hier. And again, he used the same method here. It's the operator. I like, I like that. Wretched, wretched rock shootout. Wretched rock shootout. Machen wir da zu was. Asylum. Kenyon Creek. Oh, here it is. Howdy. The sheriff needs your help. The wretched rock bandits have taken over the town. Shoot them back and save the resistance. Machen wir doch. Ah, ich will's gern testen. Let's test it. Boop, boop. Shoot, shoot. Fifty. Can you shoot it? Ja. Right, doesn't. Ah, okay, das hat funktioniert. Das jetzt auch. Könnte ein höherer Framerad jetzt vertragen. So, the park runs pretty good for Black Coster. But for shooting rights, a little higher Framerad. Nein, das hat mich cool. Ah, da ist auch wieder. Okay. It's well decorated, but I miss some more interactions. Okay, hier haben wir alles weggeschossen. Das ist umfette. So, okay. Aber hier passiert nicht viel. So, I miss a little bit more interaction. A little bit more happening. Sometimes a little bit happens. A little, ah, just break or broke. Okay. A little bit more. We have some interactions, but you see here, nothing happened. Boom. Sonne getroffen. But yeah, after the city of Omashu, I think, yeah, as a city of Omashu, the shooting, right? Yeah, this level is so hoch gesetzt. So, city of Omashu rise to the level so damn high for shooting rights. Ah, it's hard to reach that level. With interaction. Because every time you shot something there, it felt like you were the Earthbender. Ah, it was so hoch gesetzt. Ah, verdammt. Kombo in top, kombo. Boom. Bam. Ja, ja. Schön dekoriert auf jeden Fall. Really nice decorated. But unfortunately, the need to happen. Bim. Bomb. JL. We got them. High score. What do we have? 12,000. 670. Bounty Hunter. Lucky Luke. No, we are in Sheriff. 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 Lucky Luke, how good. Watch your step. Still love it, how we did this here. Mark it. Okay. Now we are marked. Come and let us open it for the guests. Why not? Let's open it for the guests. Exit, exit, exit. Exit. No, that wasn't the exit. 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 Ja, da ist der Ausgang. Auch wieder durch den Shop. Auch wieder schön gemacht. Das Nötigste, man erkennt es als Shop. Super. Really good. Okay. And back to the normal day time cycle. Hat einiges geboten hier im Western. Schöner Coaster, Shooting Ride, Autos, Toiletten, denke ich mal. Barbeque ribs Nice eating area Now we come back to the more modern area here So all the shapes Looking forward to this coaster, it really looks cool Oh, der Hammerweiss Wie heißt der da? Botanica Ah, Botanica So a little bit garden themed So all the nice shapes Well done So eine geile Idee hier Den Fenster Nice idea With the windows and the plants inside Och hier wieder Interaktionen mit dem Coaster Er kommt hier vorbei in der queue So I love your queue placements I cannot say it often enough today I love it Oh, guck da mal Es ist stark Es ist einfach stark It is nice All the views Elevated station here Oh Der Coaster ist da Da hüpfen wir doch gleich drauf Botanica Botanica Oh Looking forward to it Looking forward to it Welche Kids? No No Kids at all That´s fine That´s fine We´re weiter drin Richtig schöne Station hier Unten schön dekoriert Im Untergrund Ja, es passt alles Passt Äh, ja Was nicht passt Ist, dass ich jetzt ewig warten muss Go, go Woopsie Okay Here we go Oh Die Monorail geht hier auch durch So Hat Benutzernamen dir nicht schon mal vorgestellt Als Blutwind? Huh Weiß es nicht Egal Genieß die Fahrt Enjoy the ride Die Runde Die Runde Die Runde Die Runde Die Runde Glocken Wieder sehr cool, sehr sehr cool, aber was wir hier kurz machen, ich stelle um auf Tag, 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 Daytime, just have a look at Daytime, a little look at Daytime and ride it again, but, track view this time, because I think it was a little bit, yeah, wacky, but just a little bit, it was smooth for seat view, I think this is super smooth in track view, let's have a look, and it's the main attraction, we can ride it fast, it's fine, it was a pretty cool coaster, with some nice airtimes, nice loops, rolls, and whatever how it's called, wir waren auf dem Kopf, das Kopf ist looping, fertig. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an, im track view, ich denke, im track view ist der, ja, einiges smoother. Es ist halt schade, dass man nicht nach Hardline smoothen kann im Planet Coaster, it's a pity, that we cannot smooth the Hardline in Planet Coaster. That's right, track view is always a little bit smoother. Das ist auch wieder cool hier, mit dem, mit dem, mit dem Block Section, nice Block Section again. Ah, geht's richtig tief zum Boden runter, das finde ich auch mal cool, also auch im echten. I love it when coasters go down really close to the, to the floor, love it, love it in real life. Also das war Botanica, Botanica, richtig schön, und das sehen wir gleich, ja, hier mit den modernen Formen. Da haben wir wieder die Station, da ist das Train Station. Das ist ein nice open building, okay, this building is a little bit empty, but that's fine, that's fine. Ja, die Toiletten mit dem Flugzeug drauf, auch cool. Weiß, da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Was ist denn das? Spitfire, Spitfire, oh, mit dem Turm, das sieht ja cool aus. Operator Tower here, nice. Haha, ja, oh, klein aber fein. Schön gemacht, schön gemacht. So, I love that every corner is decorated, at least with foliage, night time in this case, sorry. Again, back to night. Single regular, have you seen at daytime the color of the stairs? That's so cool. Fastpass, no. Especially not here. Ah, ist also ein bisschen hier, Musik, a little bit music. 80 vibes, I got 80 vibes, I mean it's wise, so, yeah. Richtig cool, so so 80er, 80er Jahre Filme. Ah, die Pizza Stücke. Nice use of the pizza, Science. Oh, und wir haben ein Coaster da. And again, the station. Damn it. Love it. Richtig cool, auch die Stütze. So, ja, das ist weiß und zu weiß, schreibt er. He writes, weiß. Indoor launch coaster. Let yourself be launched back in time in this flashy roller coaster. Milt seizure warning. Das heißt, wir gehen in die Mitte natürlich. And we take a middle seat. Keypad back. Speed limit 999. Yeah, go for it. Ah, ja. Oh, nicely animated. Genieß die Farbe. Enjoy the ride. Genieß die Farbe. Oh, thank you. Das war's. Was cool. I expected a little bit darker. It was just playing around with lights. Just with lights. I didn't expect that. Pretty nice idea. I mean, yeah, the room looked a little bit empty. Only with the signs. Especially when you compared this. I would have loved indoor city rebuild. Like you did here for the station. With all the neons. Ah, yeah, yeah. Would have been cooler than a little ice. But nevertheless, it was good. I had fun. It was trotzdem good. Aber so wie die Station aufgebaut ist. Wo gehen denn die hin? So wie die Station aufgebaut ist. So den Innenraum. Oh, durch die Wand. A door is missing here. Da fehlt eine Tür. Also, auch so eine Innen... So eine Stadtnachbau innen mit all dem Neon und so. Oder an der Coaster durchgegangen. Hätte ich mehr gefeiert. Hätte ich mehr gefeiert. Anstatt die Spiele mit den Lichtern. Wobei die natürlich recht schön gemacht werden. Und der war auch cool, der Coaster. So ist es nicht. Da hat mir echt Spaß gemacht. Aber, nachdem ich die Station halt gesehen habe. Ah, das auch noch innen. Das wäre so schön gewesen. Das sind auch coole Formen hier auf dem Dach. Oh, da hinten haben wir auch noch mal einen Coaster. Ballonfahrt. Hier ändert der Stil wieder in so ein bisschen klassisch. Oh, da stehen da viele an. Alle für die Aronauts. Augenfahrt halt. Auch wieder hier schön integriert. So ein bisschen klassisch englische Stadtfeeling hier. So, it looks a little bit classic. Ja, also the music. The Ripper. Ja, passt. Ripper. Wart, mucho, mucho. Ja, überall Coaster hier. Während man hoch geht. Vergleichbar kurze Queue. So, comparable short Queue. And the nice station again. Nice station. And I cannot click the coaster. The Ripper. Na? So, marked. The Ripper. Jack the Ripper. Has been spotted. And is on a murder spree. Join the chase over rooftops and small corridors. And stops the serial killer in this inverted looping coaster. Cool. Oh, oh. Oh. Yep. This sieht gut aus. Was ist denn im Sitzfilm? Sehen so viel. We see so much. Äh. Wir haben Gäste. We have guests. Wieder operator booths. Aber der operator ist da drüben. Mit dem Defi sogar. Vielleicht nötig, wenn wir Jack the Ripper jagen. Ähm. Na, na, es geht los. Es geht los. Here we go. Genieß die Fahrt. Enjoy the ride. All right. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nice. Nice chase. Got that ripper. Really cool. It was a little bit slow. But yeah. That's fine. But with the seaming. Going over the rooftops. You start on this tower. From the ripper. Perfect. So I don't mind that it was a little bit slower. I really don't. Because the seaming was so tough. And even the start here was this. Long hang time. Oh. But yeah. Nice blueprint as well. I guess. Boom. Und da sind wir glaube ich am Stadt. Cherub Lane. Here it's the start. Wir sind mal wirklich durch. Wir sind durch. Erstmal kurz ein bisschen Überblick kriegen. Also das war der Park. Er ist nicht allzu groß. Aber sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön. Wie gesagt. Das einzige was ich vermisst habe. War ein bisschen außenrum. Ein bisschen mehr Dekos. Ein paar Backdrops. Das ein bisschen immersiver ist. Aber oh mein Gott. Voll in Ordnung. Das haben wir glaube ich nicht ganz gesehen. Auch schön gemacht. Wie es auf den See hinaus geht. Yeah. Pirate Cookie. Really well done. Nice work. Loved it. Gibt es echt nichts zu meckern an dem Park. Schöne Blueprints. Sehr schön integriert. So nice Blueprints. And really well integrated. Nice Blueprint Showcase. We can call it so. Also. Ich weiß nicht ob man es jetzt Blueprint Showcase nennen kann. Oder nicht. Aber wenn man aus seinem Blueprint so einen Park bauen kann. Hut ab. Nicht schlecht. Nicht schlecht. In dem Sinn. War richtig cool. Ich wünsche euch. Ciao zum.